Diese Aktie kaufe ich jetzt wieder, nachdem sie eine meiner Meinung nach zu starke Korrektur durchgemacht hat. Denn längerfristig sehe ich dort noch viel mehr Potenzial. Welche Aktie das ist, was alles für einen Kauf sprechen würde, was aber auch aktuell die Probleme sind oder waren, all das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon und ich bin der Finanznerd. Und heute geht es um eine Aktie, die für einige Anleger gerade ein in Stolpern geratener Riese ist und für andere wiederum aufgrund des gefallenen Kurses nur in einer Zwischenphase steckt und diese Aktie deshalb gerade jetzt besonders interessant finden. Am Titel des Videos hast du es vielleicht schon erkannt, ich gehöre anscheinend zur zweiten Kategorie, denn ich glaube, dass sie erst am Beginn einer noch viel größeren Erfolgsgeschichte steht. Natürlich werde ich aber auch auf die Negativpunkte eingehen, so wie es unsere Zuschauer von uns gewohnt sind. Also, wenn dir das Video am Ende gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere, wenn nicht schon geschehen, unbedingt unseren Kanal mit regelmäßig neuen Videos zu Aktien, Geldanlage, Finanzen und Steuern. Ich freue mich auf dich. Genug der Vorrede, jetzt geht es ans Eingemachte. Denn Nachrichten gibt es so viele zu dieser Aktie und fast alles hat immer mit Wachstum, neuen Rekordzahlen und zukünftigen Potenzialen zu tun. Denn davon gibt es mehr als genug bei diesem Unternehmen. Aber es gab eben auch eine satte Korrektur und die passiert ja in der Regel nicht einfach so, sondern auch dafür gibt es meist Gründe oder zumindest einen Anlass. Und dieser hat auch mit Börsenlegende Warren Buffett zu tun und seiner Entscheidung. Die Aktie, von der ich spreche, ist nämlich eine absolute Erfolgsaktie in seinem Depot eigentlich und hat sich seit Einstieg vervielfacht. Du ahnst es jetzt vielleicht, um wen es geht. Es geht um BYD, dem Spezialisten für Energiespeicherlösung und ganz wichtig natürlich mittlerweile für Elektrofahrzeuge. Doch fangen wir direkt an mit einer positiven Nachricht und das aus fundamentaler Sicht. Denn BYD hat gerade vor kurzem am 29.08. ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2022 und gleichzeitig für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Und die können sich wirklich sehen lassen. Hier mal ein paar Beispiele. Im zweiten Quartal konnte der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal von 48,13 Milliarden Yuan auf 83,78 Milliarden Yuan um fast 73% gesteigert werden. Aber nicht nur den reinen Umsatz steigert BYD, sondern auch das Betriebsergebnis konnte der Konzern massiv erhöhen. Lag dieses im Q2 2021 noch bei 1,2 Milliarden, sind es aktuell im zweiten Quartal schon 3,56 Milliarden Yuan gewesen. Und damit fast dreimal so hoch wie vorher. Das sind zwar noch keine sprudelnden Megagewinne, wenn man die reine Summe betrachtet mit umgerechnet 510 Millionen Euro, aber dennoch inmitten einer Phase der Expansion doch bemerkenswert, wie ich finde. Insbesondere, wenn man diese mal ins Verhältnis zu den gehandelten Konkurrenten setzt. Viele haben in der Phase, in der sich BYD ja noch befindet, nicht mal an Gewinne gedacht oder tun das bis heute sogar nicht. Aber dazu gleich noch etwas mehr. Auch auf Jahressicht trübt sich das Bild hier nicht ein. So soll der Jahresumsatz um 70% von 216 auf 369 Milliarden Yuan gesteigert werden. Und sowohl das Betriebsergebnis als auch der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie sollen wie im Quartal auch, selbst auf Jahressicht jetzt kommt's, verdreifacht werden. Dennoch sei ein erstes Aber an der Stelle eingeworfen. Denn trotz der Korrektur ist dem aktuellen Kurs von BYD schon einiges an Zukunftspotenzial mit eingepreist. Denn die Marktkapitalisierung liegt derzeit immer noch oder schon bei umgerechnet 110 Milliarden Euro und damit 24 Milliarden Euro über Volkswagen. Eine Tatsache, die ich seit zwei, drei Jahren bei Elektrofahrzeugherstellern wirklich bedenklich finde. Wie auch schon als Negativbeispiel die horrende Bewertung vieler anderer Hersteller, die ja noch nicht mal wirklich marktreif sind oder in Serie ausliefern. Rivian mit kurzfristig fast 100 Milliarden nach Börsengang, Lucid 60 Milliarden bei 4,7 Milliarden Euro Verlust 2021, NIO mit 66 Milliarden Bewertung 2020 bei 5,7 Milliarden Nettoverlust. Verrückte Zahlen, wie ich finde. Und der Markt hat das mittlerweile ja auch wieder deutlich korrigiert. Auch wenn dort teilweise immer noch 25 bis 30 Milliarden an Marktkapitalisierung aufgerufen werden. Aber es gab ja auch noch ein anderes Beispiel schon vor Jahren, nämlich die Bewertung von Tesla war für viele Kritiker eigentlich fast immer zu hoch oder ist es vielleicht sogar bis heute. Wobei ich die genannten Unternehmen jetzt nicht im Ansatz mit Tesla vergleichen möchte. Bis heute hat Tesla nämlich diese Bewertung fast immer gerechtfertigt. Das muss man dazu auch sagen. Auch bei BYD fällt ja immer wieder der Vergleich zu Tesla, auch wenn ich das etwas differenzierter sehen würde. Die beiden sind zwar im selben Kernsegment aktuell unterwegs, aber das Drumherum. Die Strategie und die Ziele letztendlich längerfristig sind eigentlich doch recht unterschiedlich auf längere Sicht. Also ist BYD das neue Tesla? Ich glaube nicht, aber das soll es auch gar nicht unbedingt. Und falls du dich bei all den Zahlen schon mal gefragt hast, wo man ohne mühsame Einzelrecherche auf unterschiedlichsten Websites all die wichtigen Infos zu Aktien und den Märkten finden kann, dann sage ich dir, teste kostenlos den Market Screener. Sämtliche Börsen weltweit, dazu Aktienempfehlungen und Analysen, alle wichtigen Geschäftszahlen aus der Vergangenheit plus Marktprognosen für die Zukunft und auch noch ein hilfreiches Chart-Tool und ständig aktualisierte News direkt zu deiner gesuchten Aktie. Also wirklich alles auf einer Seite. Teste es einfach selbst kostenlos über den Link unten in der Videobeschreibung. Ich persönlich nutze die Seite mittlerweile jeden Tag. Und apropos Geschäftsergebnisse und Zahlen, die kommen bei BYD nicht von irgendwo, wie auch einige aktuelle Meldungen untermauern. So hat BYD mit Abstand Platz 1 an Marktanteilen bei Elektrofahrzeugen in China erreicht mit 29% zwischen Januar bis inklusive Juli 2022. Der Zweitplatzierte kommt auf gerade mal 8,3% und Tesla kommt im selben Zeitraum auf 7,5% Marktanteil als Dritter. Was aber zugegebenermaßen auch an einer durchgeführten Modernisierung des Tesla-Werks in Shanghai lag und damit natürlich eingeschränkten Produktionskapazitäten. Aber immer noch weit entfernt. Und da BYD mittlerweile auch seine Verbrennerproduktion eingestellt hat und sich damit noch stärker auf Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle fokussiert, kann das den Effekt natürlich weiter verstärken. Und im Sommer diesen Jahres gelang bereits etwas sehr Besonderes. Und der Konzern konnte verkünden, dass er im ersten Halbjahr 2022 seinen Absatz nicht nur vervierfachen konnte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021, sondern auch mit 641.350 verkauften Einheiten deutlich die weltweite Nummer 1 noch vor Tesla mit 564.700 Fahrzeugen war. Ein echtes Ausrufezeichen, wie ich finde. Und das in diesen Zeiten und in Anbetracht der Tatsache, dass man eigentlich jetzt erst so richtig in Europa in den Markt geht. So wird im Herbst die erste Verkaufsstelle in Dänemark eröffnet. In Norwegen verkauft man seit November 2021 und Deutschland ist ebenfalls fest für diesen Herbst gleich mal mit drei Modellen geplant. Während andere also Lieferprobleme haben, nicht genügend Chips rankriegen und vielleicht gar keine neuen Modelle produzieren und auch stark von anderen abhängig sind, stellt diese BYD größtenteils einfach mal in Eigenproduktion her und selbst Tesla kauft einen Teil seiner Batterien mittlerweile von BYD. Und was ich ergänzend als sehr gute Voraussetzung für den Markteintritt gerade hierzulande sehe, ist die Akzeptanz der Marke im Vergleich zu vielleicht anderen asiatischen Herstellern. Denn BYD gibt es schon seit längerer Zeit mit qualitativ hochwertigen Energiespeicherlösungen für zum Beispiel Photovoltaikanlagen im privaten Bereich hier in Deutschland. Und die Elektroszene kennt BYD dadurch. Statt also Angst vor dem Unbekannten zu haben, ist es bei BYD eher so, dass die Szene schon fast darauf wartet, endlich BYD-Fahrzeuge auch hier kaufen zu können. Selbst bei der PV-Anlage von Ikea gibt es übrigens die Option mit BYD-Speicher, hier mal in dem Flyer von Ikea Schweiz. Solche Vorleistungen können also für den Markteintritt Gold wert sein. Und mit den bezahlbaren BYD-Fahrzeugen könnte man viel erreichen, auch in Europa. Die Zahlen zeigen aber auch fast ohne Europa, wie BYD jetzt schon den chinesischen Markt dominiert und den weltweiten Markt der E-Fahrzeuge mindestens mal mitbestimmen kann. Nur der Staat kann den Konzern eigentlich noch stoppen, wenn man das mal so will. Und dieses Risiko bleibt natürlich. Da ich schon länger dort investiert bin, habe ich beispielsweise auch unter den Diskussionen im Frühjahr 2021 leiden müssen, bei denen es um Kürzung der E-Förderung in China ging, was unter anderem damals die Aktie von rund 30 Euro auf 15 Euro hat einbrechen lassen. BYD erholte sich sofort beeindruckend, wie ich finde, und erklomm in etwas mehr als zwölf Monaten sein Allzeithoch bei über 40 Euro. Eine starke Leistung, aber auch durch Erfolge fundiert, wie bereits gezeigt. Doch jetzt die Korrektur, die zum einen durch Gewinnmitnahmen, aber auch durch neue Lockdowns in China, die weltweit stärker werdenden Konflikte und Gerüchte um einen möglichen Ausstieg von Buffett und Berkshire Hathaway begründet waren. Das Ganze wurde jetzt nur noch aktuell getoppt durch den tatsächlichen Verkauf nach den Gerüchten und Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben einen Teil der Anteile verkauft. Denn die Meldung ging wie ein Lauffeuer durch die Medien, dass Buffett tatsächlich zum zweiten Mal kurz hintereinander Anteile seiner Position verringert hat und der Markt das sofort als Verkaufsanlass sah. Ganz nüchtern betrachtet empfinde ich dies dennoch als Überreaktion, dann hat Buffett das Vertrauen in BYD definitiv verloren und haut jetzt seine Anteile auf den Markt? Keineswegs, denn im ersten Schritt verkaufte er am 24.08.1,33 Millionen Anteile im Wert von 47 Millionen Euro und jetzt aktuell hat er seinen Anteil von 19,92% nochmal auf 18,87% verringert. Seine Position besteht damit aber nach wie vor aus über 200 Millionen Aktien. Also ein Ausverkauf von der Börsenlegende, na, das würde wahrscheinlich etwas anders aussehen. Immerhin hält er BYD bereits seit 2008 die Treue und sitzt auf rund 2000% Rendite in dem Bereich. Da kann man auch mal was verkaufen, um Gewinne mitzunehmen. Durch diese prägnanten Erfolge des Kurses wurde BYD sogar zwischenzeitlich zur 10 größten Position bei Berkshire Hathaway im Portfolio. Ist ihm die Position also einfach nur zu groß geworden? Will er vielleicht nur Teilgewinne mitnehmen und reduziert nur ein bisschen? Oder will er tatsächlich seine gesamte Position auflösen, wie Bloomberg den Analysten Calvin Law zitiert? Niemand weiß es wirklich und dazwischen ist wohl fast jede Meinung vertreten. Die weiteren Handlungen werden aber den Kurs maßgeblich kurzfristig mitbestimmt und selbst die bisherigen kleinen Teilverkäufer haben ja die Vielzahl an fundamentalen, absoluten Positivmeldungen einfach mal negativ überstrahlt. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich sehe im reinen Unternehmen, der Geschäftstätigkeit, dem Wachstum, der überproportionalen Steigerung, der Marge und den Potenzialen in China, aber auch in Europa dennoch eigentlich mehr Möglichkeiten. Und das interessiert mich bei einem Investment längerfristig. Denn auch nur das ist wirklich halbwegs messbar und prognostizierbar. Was Buffett oder die chinesische Regierung tut, dagegen nicht. Dazu kommt, dass neben den Fahrzeugen BYD mittlerweile hinter Kattel auch noch der zweitgrößte Hersteller von Elektroautobatterien mit einer installierten Kapazität von 6,4 Gigawattstunden geworden ist und damit LG Energy verdrängen konnte. Und diesen Weg möchten sie auch weiter untermauern, wofür extra ein neues Werk in der Provinz Xiangji in China mit einer Kapazität von 30 Gigawattstunden entstehen soll. Die Investition beläuft sich dafür auf umgerechnet 4,14 Milliarden Euro, wovon aber auch Geld in ein Bergbauprojekt zum Abbau von jährlich 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat und keramischem Ton fließen soll. Ganz aktuell, am 08.09. kam dann auch noch die Meldung, dass BYD das erste Werk für Elektrofahrzeuge in Thailand bauen wird. Das Grundstück wurde hierfür bereits gekauft und das Werk soll ab 2024 jährlich 150.000 Fahrzeuge herstellen, insbesondere auch für den europäischen Markt. Nimmt man dann auch ergänzend die Erfahrung aus dem Bau von Bussen und Transportfahrzeugen dazu, die sicherlich weltweit immer weiter nachgefragt werden in Zukunft und wo BYD ja über Jahre hinweg Know-how gesammelt hat und schaut sich dann auch noch die jetzigen Prognosen für 2023 und 2024 an mit Steigerung beim Umsatz, Betriebsergebnis und Nettogewinn, dann ergibt sich alles in allem eine für mich potenzielle Gewinneaktie für die nächsten drei bis fünf Jahre und auch wahrscheinlich darüber hinaus. Die jetzige Marke bei 215 Hongkong-Dollar werde ich nun genau beobachten. Zweimal wurde sie bisher angetestet nach unten und hat gehalten. Genug Stärke wäre wiederum im Unternehmen fundamental gesehen, um auch wieder nach oben zurückzukommen und das kurzfristig. Ich kaufe hier aber erstmal klein nach, da die Gefahr nach unten in Richtung 200 oder sogar 180 Hongkong-Dollar noch nicht gebannt ist. Doch ich sage dir eins, sollte es soweit kommen, würde ich auch nochmal in Tranchen nachkaufen. Denn mit der Volatilität bei einem solchen Titel, da muss man schlichtweg leben können und wer bisher nachgekauft hat, fuhr damit auf längere Sicht auch gut. Wer das nicht will, für den gibt es ja auch genug andere Aktien, das ist ja das Schöne an der Börsenwelt. Ich wollte dir heute aber mal ein Update zu BYD geben, die neuesten Entwicklungen aufzeigen und meine Meinung darlegen. Immerhin ist BYD ja auch in unserem Finanznet-Community-Depot dank eurer Votings die größte Position. Das kann ich aber in der Praxis niemandem raten. Also egal wie gut man BYD findet, es sollte niemals die größte Position und auch nicht eine der größten Positionen sein im Portfolio, sondern immer als Beimischung dienen. Und denke auch daran, das Video hier ist keine Kaufempfehlung für dich. Du solltest dir immer dein eigenes Bild einer Aktie machen, bevor du dein Geld investierst. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Und damit du die Chance hast, bei der nächsten Verlosung der Monatsperformance vom Depot zu gewinnen und das Depot auch noch mitgestalten kannst, kommentiere doch jetzt gleich mit dem Hashtag Finanznet-Depot und einem Aktien- oder ETF-Wunsch und schon bist du dabei. Mehr Infos zu BYD und anderen Aktien findest du wie erwähnt kostenlos auf Market Screener. Der Link dazu ist direkt in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei und damit du keines unserer Videos mehr verpasst, abonniere doch gleich unseren Kanal und lass dem Video auch einen Daumen nach oben da als kleine Unterstützung unserer Arbeit. Danke und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon